Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Wir testen heute, ob ein Drehspieß auf einem Gasgrill ohne Heckbrenner überhaupt Sinn macht und in diesem Zuge testen wir die Rotisserie von Rösle auf dem Rösle Videro G4S und machen richtig leckeres Grillhähnchen und ich hoffe, dass das auch schön knusprig wird. Das testen wir heute. Los geht's! Bevor wir uns um das Rezept fürs Hähnchen kümmern, packen wir einmal hier den Drehspieß von Rösle aus und bauen den einmal auf. Der Aufbau ist geglückt, war wirklich selbsterklärend. Wir haben hier alles beziffert, was wohin muss. Das ist ein Universalspieß, der sowohl für den F60, G60 als auch den G3 und den G4 in der normalen und in der S-Variante möglich ist. Das heißt, wunderbarer Drehspieß und wir haben sogar die Möglichkeit, hier direkt zwei Grillhähnchen oder was auch immer drauf zu packen. Wir machen heute nur eins, deswegen brauche ich nur ein paar Klammern und jetzt kümmern wir uns ums Hähnchen. Für den Test gibt es heute ein unfassbar schnelles, einfaches, aber vor allem auch leckeres Hähnchen vom Drehspieß und ich hoffe, dass die Haut richtig knusprig wird, weil das ist ja das, was wir heute testen wollen und deswegen mache ich hier auch gar nicht viel mit. Also nicht einölen oder was auch immer, sondern rein würzen. Ihr könnt natürlich die Gewürzmischung eurer Wahl dafür nutzen oder macht euch die selber, so wie ich heute und zwar mit zwei Esslöffeln Paprikapulver, zwei Esslöffel Salz und einem Esslöffel Pfeffer. Dazu kommt ein bisschen Butter in das Hähnchen rein, Rosmarin und Knoblauch noch in das Hähnchen rein für ein bisschen Geschmack, müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Butter gibt natürlich auch noch mal ein bisschen Saft von innen. Wenn wir das Hähnchen jetzt verarbeiten, ziehe ich mir immer ganz gerne einmal Handschuhe an, damit wir einfach den Hygieneaspekt hier bei Hähnchen mit Salmonellen so ein bisschen beachtet haben. Ich habe das Hähnchen abgewaschen und trocken getupft und natürlich auch den Bereich, wo ich es abgewaschen habe, auch wieder sauber gemacht. Auch innen einmal reingucken, sind da noch irgendwelche Innereien drin, innen einmal schön mit kaltem Wasser ausspülen, ganz wichtig kaltes Wasser nutzen. Und jetzt werden wir vorweg einmal hier hinten den Würzel vom Hähnchen abschneiden. Zum Würzen werden wir jetzt hier einmal auf der Brustseite des Hähnchens unter die Haut drunter fahren, damit wir die Haut hier vom Fleisch so ein bisschen trennen und das Gewürz auch unter die Haut bringen können. Weil bei Grillhähnchen ist es häufig so, dass man eben das Gewürz an der Haut sehr intensiv hat und am Fleisch nachher dann gar kein Gewürz mehr hat und pures Fleisch hat. Und das finde ich immer etwas schade, deswegen auch gerne hier unter die Haut Gewürz ranbringen. Unser Hähnchen ist jetzt auf dem Drehspieß drauf und ich habe es so aufgepiekst, dass in jede Keule einer von diesen Greifarm, von diesen Stacheln reingegangen ist, damit die Keulen gleich auf dem Grill nicht hin und her schwingen. Und die Flügelchen, die habe ich hier oben so eingeschlagen, wenn man das mal zurück macht, zack hier drüber und da drunter die Klammer, so dass die Flügelchen, ihr seht das jetzt, dass die nicht abfallen, sondern dass die hier am Hähnchen dranbleiben, sonst würden die verbrennen. Und jetzt geht es einmal darum, wie tariere ich das hier aus. Wenn ihr jetzt den Drehspieß hier seht, ich halte den so rum, seht ihr, der rollt sich so nach unten. Wir haben also da unten wirklich unseren Schwerpunkt vom Hähnchen und dafür haben wir hier an der Seite ein Gegengewicht. Dieses Gegengewicht, wenn er jetzt hier runter rollt, machen wir natürlich dann jetzt hier drauf und zwar nach oben hin, in die entgegengesetzte Richtung. Wenn wir das jetzt einmal hochheben, haben wir immer noch eine leichte Unwucht drin, aber wir haben den Motor etwas entlastet durch dieses Gewicht und so stellt man das ein. Wir werden es nie 100% gleichmäßig hinkriegen, das ist auch gar nicht nötig. Der Motor ist stark genug, aber hätten wir das Gegengewicht nicht, hätte er natürlich viel mehr zu kämpfen und das Produkt würde einfach nicht so lange halten und so gleichen wir das ein wenig aus. Jetzt geht es darum, das Bestmögliche hier ohne Heckbrenner rauszuholen und dafür dürfen wir die Brenner unter dem Hähnchen nicht anmachen. Ich stelle da jetzt eine Schale hin, damit eben alles, was runtertropft, kann ich vielleicht gleich nochmal wieder ein bisschen draufpinseln. Das schauen wir mal ein bisschen mal das Hähnchen zwischendurch einpinseln, ist nicht ganz verkehrt. Auf keinen Fall da aber jetzt Wasser rein kippen, weil Wasser würde dafür sorgen, dass wir eine hohe Luftfeuchtigkeit oder sogar eben Dampf in dem Garraum haben und dann wird die Haut eben nicht knusprig. Deswegen kein Wasser rein. Ich habe jetzt so die restliche Butter habe ich da schon mal reingelegt, da tropft gleich sowieso genügend Fett unten rein. Links und rechts mache ich die Brenner jetzt an. In der Mitte lasse ich sie aus. Ich lasse sie deswegen aus, weil sonst alles, was runtertropfen würde, verbrennen würde und dann hätten wir hier eben einen nicht so schönen Geschmack mehr am Hähnchen. Und wenn ich die Schale gar nicht hätte und ich würde die Brenner drunter anmachen, dann würde das Hähnchen verbrennen, weil das Fett eben direkt auf die Brennerabdeckung tropfen würde. Die Schale habe ich jetzt auch ohne Gussrost reingestellt, weil das eben sonst zu hoch gewesen wäre. Das Hähnchen hätte sich gerade noch so frei drehen können, aber ich hätte lieber noch ein bisschen mehr Platz zwischen der Schale und dem Hähnchen gehabt, damit ich dann ein bisschen Freiheiten habe. Links und rechts die Brenner an und die müssen jetzt alleine ausreichen, dass wir auf eine Deckeltemperatur zwischen 180 und 200 Grad kommen. Auf keinen Fall da drunter, sonst kann das mit der Haut nichts werden nachher. Und da sehe ich so ein bisschen die Problematik ohne Heckbrenner. Wir schauen mal, ob das gleich klappt. Sollte das nicht klappen, müssen wir tatsächlich noch einen dritten Brenner unten drunter anmachen oder wir schauen gleich mal, ob wir nicht die Brennerabdeckungen an der Seite links und rechts rausnehmen und damit noch mal ein bisschen mehr Temperatur erreichen können. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal abwarten, ob wir hier die 180 Grad schaffen. Ich bin jetzt gerade noch auf diese grandiose Idee gekommen. Ich nenne es jetzt einfach mal grandios, weil es gerade so mein Einfall war. Hier tatsächlich ein Kernthermometer permanent zu haben, trotz Verkabelung. Ihr kennt natürlich auch diese Meter, Meterplus, Meterblock. Die sind dann kabellos, wunderbar, sind aber auch schweineteuer. Ich habe hier ein günstiges Thermometer, was man so um die 30 Euro bekommt, mit Kabeln, zwei Messsonden und die habe ich mit dem Kabel hier einmal durch diese Öse durchgeführt und das Thermometer auch an den Drehspieß mit zwei Gummibändern drangemacht, so dass sich das mitdreht. Dann kann ich immer wieder zwischendurch gucken, bei welcher Temperatur ist das Hähnchen, ohne dass sich da irgendwo ein Kabel verfängt. Und so werden wir jetzt bei einer Deckeltemperatur von 180 bis 200 Grad unser Hähnchen hier rotieren lassen. Ich hoffe, dass es 180 Grad erreicht. Vielleicht sind es auch nur 170 und dann schauen wir mal, wie knusprig die Haut wird. Bei 75 Grad spätestens schauen wir dann noch mal nach. Wenn die dann noch nicht knusprig genug ist, gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen mehr Temperatur da in dem Grill erzeugen. Vielleicht müssen wir dann die Brenner unter dem Hähnchen auch anmachen. Das schauen wir eben, wie das ohne Heckbrenner wird. Während das Hähnchen jetzt so eine dreiviertel Stunde bis anderthalb Stunden vor sich hin dreht, drehen wir für euch schon mal das nächste Video. Zumindest fangen wir damit an und dafür brauchen wir diesen Batzen Fleisch. Denn wir vergleichen verschiedene Steak dicken. Wie dick muss ein Steak wirklich sein? Und da fangen wir bei ganz klein an und enden bei ganz groß. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo für diesen Kanal da und dann sehen wir uns in dem Video wieder. Unser Hähnchen ist fertig. Es ist unfassbar, wie viel Saft hier jetzt schon rausläuft. Mal gucken, ob es auch richtig knusprig geworden ist. Kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Ja, fühlt sich auch richtig gut an, die Flügelchen schon. Ich würde sagen, ich reiß mal so ein Flügelchen auf jeden Fall schon mal ab und danach können wir es ein bisschen trangieren. Boah, das löst sich so einfach vom Knochen. Geil. Guckt euch das an, wie das einfach auseinanderfällt und dann die knusprige Haut. Ich muss aufhören. Ich muss euch ein Fazit geben. Wir schneiden das gleich an. Wir werden das zu zweit verköstigen. Dabei machen wir vielleicht noch ein paar Aufnahmen, die jetzt gleich am Ende des Videos noch mal seht. Ich muss sagen, mir ist das ohne Heckbrenner wunderbar gelungen. Also ein Heckbrenner braucht man meines Erachtens fast gar nicht. Aber das können wir vielleicht mal testen, indem wir das einfach mal vergleichen. Und ich vergleiche einfach mal das Ergebnis, jetzt hier ohne Heckbrenner, mit dem Ergebnis von einem Grill mit Heckbrenner. Und dann machen wir einfach mal zwei Hähnchen und schauen, ob ein Heckbrenner notwendig ist, ob das wirklich besser wird, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Wenn ihr das sehen wollt, dann ein Abo dalassen. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar wie immer sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ich bin euch natürlich noch ein paar Informationen schuldig. Einmal das Hähnchen, wir haben es jetzt gerade verputzt, super saftig, richtig saftig. Die Haut hätte vielleicht hier und da doch noch ein bisschen krosser sein können. Da gucken wir vielleicht mal in einem Folgevideo, wie ich gesagt habe, ob das mit Heckbrenner wirklich besser wird oder ob das Hähnchen einfach noch mehr Hitze hätte vertragen können. Das mit dem Drehspieß von Rösel hat wunderbar geklappt. Der hat flüssig gedreht und auch das mit dem Thermometer, was ihr gesehen habt, was ich direkt daran gemacht habe, hat wunderbar funktioniert. Ich habe das Hähnchen jetzt bis zu einer Kerntemperatur von 75 Grad kommen lassen. An einer anderen Stelle hat es schon 80. Das heißt, ich habe zwei Sonden benutzt und habe mich immer an der Sonde orientiert, die eine niedrigere Temperatur anzeigt, weil 75 Grad wollen wir beim Hähnchen dann doch haben. Insgesamt hat das Hähnchen jetzt knapp anderthalb Stunden auf dem Grill gebraucht. Die genaue Zeit, wenn wir die über die Kameras haben, blenden wir euch hier einmal ein. Und ansonsten findet ihr auch das Rezept dazu nochmal auf unserer Webseite. Ich hoffe, damit habe ich alle Informationen abgefrühstückt. Sollte doch noch irgendwo eine Frage offen sein, ab damit in die Kommentare oder auf Facebook oder Instagram mich einfach anschreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.